Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Pressestatement aus Anlass der gestrigen Abstimmung im britischen Unterhaus. Ich denke, die Abstimmung zeigt... ...die in Europa arbeiten, all der Europäer, der... ...die in Europa arbeiten, all der Europäer, der... ...die in Europa, der wir im Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.